Wie ist die Flüchtlinge der Landeshauptstadt? Es gibt die Zusage der Eisenbahn, zusätzliche Räumlichkeiten für die kurzfristigen Aufenthalte in der Nähe von Gleis 1 zur Verfügung zu stellen. Unsere Zielsetzung ist es, dass wir eine einigermaßen gerechte Verteilung im ganzen Lande zustande bringen und wir erwarten uns die Rückmeldungen bis zum 6. Mai. Und danach haben wir einen generellen Überblick auch über das alles, was wir an Landesstrukturen haben und danach werden wir das Ganze gewichten und werten und dann eben auch die entsprechenden Gespräche führen mit den jeweiligen Gemeinden, die eventuell ihre Zustimmung bereits vorab gegeben haben oder mit denen wir in Kontakt treten, weil andere Gemeinden bzw. die Bezirksgemeinschaft diese genannt hat. In engem Kontakt mit dem Regierungskommissariat und der Questur der Eisenbahn und den in der Betreuung tätigen Organisationen unter der Federführung des Vereins Volontarius arbeitet das Land zusätzlich an einer Verbesserung des Informationsaustausches, um frühzeitig über die Ankünfte informiert zu sein und rechtzeitig entsprechende Vorsorge treffen zu können. Themawechsel Die Landesregierung hat sich auch mit dem neuen Raumordnungsgesetz befasst. Vier Monate haben Fachleute aus Verwaltung, Freiberufler und Wissenschaftler über Prinzipien und Inhalte eines neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft diskutiert. Nun wurde der Landesregierung ein erster Entwurf der Leitlinien präsentiert, welche die Richtung für das neue Gesetz vorgibt, das künftig die Raumentwicklung und den Landschaftsschutz vereinen wird und innerhalb Oktober 2017 verabschiedet werden soll. Südtirol steht ja bekanntlich zu den reichsten Regionen Europas, weil es sich zu einer modernen Produktions- aber auch Dienstleistungsgesellschaft entwickelt hat. Die großen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, besonders die anstehenden Herausforderungen wie demografische Entwicklung, Landflucht, Zuwanderung, Flächenverbrauch, aber auch Stichwort ausverkaufter Heimat, Die Landesregierung hat 50.000 Euro für die Soforthilfe für die vom starken Erdbeben betroffene Bevölkerung in Nepal bereitgestellt. Weitere Notstandsprojekte sind geplant und werden in den nächsten Wochen beschlossen werden.